Wir gehen wieder eisbaden in unserer Regentonne. Es ist unglaublich kalt, aber die Sonne scheint. Also, ich bin motiviert. Alright, alright, alright. Ich sitze hier da wie der letzte Trollow. Aber ich bin gebrandmarft. Deswegen, ich bin motiviert. Unser Garagentor ist auch gebrandmarft. Ich halte hier immer so drei Minuten oder so aus. Aber ich merke jetzt schon, wie sich meine Haut zusammenzieht. Würdet ihr euch auch mal trauen, in so eine Regentonne reinzusitzen bei Minusgraden?